Freunde der Sonne, bevor wir mit dem ganzen Video anfangen, nicht vergessen, hier eintragen, speichern, Digger. Prank an Hayat wird die Tage kommen, spätestens auf Premiere werdet ihr das alles mitkriegen, Digger. Macht auf jeden Fall, bis dahin Welle, die Tage wird es online kommen und ich wünsche euch viel Spaß mit diesem Video. Jo, meine Freunde, was ist denn? Willkommen auf BrotTV, mein Name ist Mehmet, ihr wisst, wie der ganze Hase funktioniert, Digger, ich hab keinen Bock mehr jedes Mal die gleichen Intros zu machen, Digger, mein Bauch hat wieder Hunger bekommen. Aber nicht diesmal auf Essen, beziehungsweise auf Burger, Döner, dies, das. Diesmal auf McSunday, das kennen wir, das ganze kennen wir, Digger, vom Papa. Wollt ihr McDonalds, McSunday? Ja, und das machen wir heute, Freunde, und zwar 10 McSunday werde ich heute versuchen wegzuschneaken, ihr seid natürlich wieder mal dabei, Digger. 10 McSunday bitte. 10 McSunday? Genau. Machen Sie dreimal Karamell, dreimal Schoko, dreimal Erdbeer und zuletzt noch einmal Karamell. Danke. Oh mein Gott, Freunde, guck mal, wie das Ganze aussieht. Das ist, glaube ich, Schoko. Dann habe ich irgendwas mit Erdbeer auch geholt, Karamell. Hier wieder Erdbeer, Digger, das sieht doch einfach richtig sensationell aus. Und einmal von dieser Perspektive, Digger, einfach von jeder Sorte etwas, Digger. Schoko, Erdbeer, Karamell. Also 4 sind dort. 8, 10. Und, Freunde, eine Bitte habe ich noch, da ihr auch im Video einfach mitmachen könnt. Schreibt unter diesem Video eine kranke Bestrafung, falls ich die 10 McSunday nicht essen kann, nicht schaffe. Deswegen, wenn ich es nicht schaffe, guckt euch dieses Video bis zum Ende an. Dann sucht euch eine Bestrafung. Ich suche mir einfach einen aus, Digger, und der wird gegrüßt, Digger. Und diese Bestrafung nehme ich, Digger. Und Digger, Digger, und dann kommt eine fette Bestrafung. Und die Bestrafung mache ich natürlich auch separat nach dem Video. Wenn ich es nicht schaffe, bombardiert das Video mit einer kranken Bestrafung. So, Freunde, ich habe hier ein Erdbeer, Digger. Wir fangen jetzt direkt an. Heute ohne Sekunden, ohne gar nichts. Einfach nur, ob ich es schaffe. Digger, ich habe so einen Zahn hier drin. Wenn ein Eis da draufkommt, boah, dann schmerzt unnormal. Ich habe noch nie in meinem ganzen Leben Erdbeereis gegessen. Digger, ich habe was verpasst. Erste Eis ist fertig, Freunde. Jetzt gehen wir rüber zu Karamell. Karamell hat eine andere Position bei mir, Digger. Guck mal, Digger. Voll mit Karamell. Einfach im Mund, Digger. Porno. Fertig. 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 Zwei Stück. So. Wieder Erdbeer. Kennt ihr das in den Rindern? Ist das so flüssig. Mann, überall dreckig, Digger. Ich habe jetzt unter den Kommentaren, wie viel Mixandee Eis ihr schafft. Freunde, drei von zehn haben wir fertig. Jetzt geht es Richtung Schokolade. So, Friends. Schokolade. Zack. Boah, ich habe auch noch nie in meinem Leben Schokolade probiert. Bei Gott, noch nie in meinem Leben. Nee. Wallah, Schokolade ist gar nicht mein Fall. Boah. Schokolade schmeckt ja gar nicht, Alter. Ey, Schokolade schmeckt gar nicht. Boah, wie das drinnen aussieht. Feiert ihr solche Challenges? Ich liebe das. Einfach, um selber zu testen, wie weit man einfach gehen kann. Und gerne könnt ihr doch in den Kommentar schreiben, was ich als Nix machen soll. Jetzt kommt da drauf Karamell. Ich spieg Bauchschmerzen. Boah. Das ist nur Karamell. Das ist nur Karamell. Wir sind immer hungrig. Also, Gürsatschir, Digga. Sagt man das bei uns. Bei Gott. Ich dachte, ich schaff das, Digga. Ich bin komplett am Ende. Das Ding ist, davor hatte ich noch richtig Hunger. Also, normalerweise wollte ich was essen und dann Eis. Aber dann könnt ihr nicht so viel essen. Wie steht ihr? Kennt ihr das einfach? Ihr macht eine Challenge, aber ihr habt richtig Bock auf Essen. Aber ihr müsst Eis essen und ihr wollt was Fettes, so Fleisch, Digga. Und mittlerweile habe ich hier eins, zwei, drei, vier, fünf. Fünf von zehn. Versucht das mal nachzumachen. Nein, Digga. Das ist eine falsche Entscheidung. Versucht das nicht nachzumachen. Bei Gott, ich muss kotzen. Fünf solche Dinger sind schon hier drinnen. Oh, mein Gott, Digga. Mein Gott, das sieht immer so einfach aus, Digga. Aber Digga, Digga, es ist gar nicht einfach, Digga. Oh, mein Gott, sechs Stück, Digga. Mein Gott, das ist nicht normal. Guck mal. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Digga, das ist eine Familie. Vier, sechs davon. Bei Gott, wärt ihr jetzt neben mir? Ich würde euch das schenken. Vier Stück habe ich noch. Freunde, ich kann einfach nicht mehr. Wenn ich das noch esse, ich kotze genau vor euch. Ihr erlebt das einfach dann live mit. So, Freunde. Mir geht es einfach dreckig. Ich glaube, zweimal Schokolade hier. Einmal Erdbeer und einmal Karamell. Und dort ist der Rest, Digga. Digga, ich kann nicht mehr. Ich bin am Ende. Freunde, ich hoffe, euch hat diese Challenge gefallen. Ich bin komplett K.O. Ich muss auf jeden Fall noch Auto fahren, Digga. Und ihr wisst, wenn man zu viel isst, einfach ungesund, dann geht es einem so richtig schlecht. Ich kann davor nicht vergessen, wenn ich jetzt schon ein Eis denke an diese Karamellen. Ich muss kotzen. Mir geht es dreckig. Glaubt mir, die Videos sehen einfach aus, Digga. Aber was dahinter steckt, so wie übel es einem geht. Einfach so ekelhaft. Macht es nicht nach. Lasst mich alles für euch testen. Und deswegen unter die Kommentare, als nächstes schreiben, was ich als nächstes machen soll. Und natürlich, ich habe die Challenge verloren. Das heißt, für euch, für dich, genau. Schreibt mir unter die Kommentare, was eine Bestrafung ich machen soll. Und das werde ich im nächsten Video oder im nächsten, nächsten, nächsten Video dann machen. Und dabei wirst du grüßt. Das heißt, hast du eine kranke Bestrafung? Nicht isst mal Zitrone, Digga. Lass mal diese Filme richtig auf Kacke hauen. Und das werde ich dann machen. In diesem Sinne, ich hoffe, das Video hat euch Spaß. Mal ein bisschen unterhalten. Und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.